Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Das eine esse ich gleich. Darum ist es gar nicht so schlimm, dass es da unten ist. Ich überlege gerade nur... Okay. Gut, was doof jetzt natürlich ist... Äh, da. Dass wir jetzt hier kein Licht und nichts haben. Oh, was drücke ich? Was drücke ich? Was? Hier. So. Ihr bleibt hier. Du bleibst auch hier. Du bleibst hier und... Ihr bleibt natürlich auch hier. Was soll ich mit euch da drücken? So, speichern und... ups. Oh. Jetzt geht's rüber. So gut. Toll. Oh, verdammt. Hier geht's rein. Okay. Oh mein Gott. Okay. Raus. So bringt das leider... Gar nix. Verdammt. Jetzt muss ich Glück haben. Verdammt. Verdammt und... Oh, verdammt. Okay, ich hätte ja Glück haben können, dass da eine Lampe drin ist. Eine Taschenlampe. Weil ich halt nicht sehe unter Wasser. Da könnte es nur eine Kiste drin sein oder auch nicht. Das würde ich erst mal gerne wissen. Jetzt muss ich dringend was essen, damit mein Leben da hoch geht. Wird fertig. Bitte. Dann haben wir alles weg, ne? Alles. Achso, ja. Das eine habe ich ja... Leider wegschmeißen müssen. Kann man... Auch leider glaube ich nicht... ...löschen. Sag ich mal. Glaube ich. Nee, nee, nee. Kriege ich denn schon Heald? Nee. Kriege ich nicht. Weil wenn ich... Ich wollte gerade sagen, wenn ich Heald bekomme, schlafe ich aber... ...es ist gerade... ...4 Uhr. Also das heißt, das... ...würde nichts bringen. So, jetzt kriege ich Heald. Von dir war ich. Jetzt gehe ich mal... Ich gehe mal zu dir. Ich komme mal zu dir. So. Ah, nicht so viel rennen. Das sieht so nah aus. Okay. Sieht aus, als ob ich jetzt auch wieder... ...auf so einer Endinsel wäre. Ja. Ich habe jetzt mehr Angst, dass hier im Wasser irgendwie Dings sind. Ähm. Ähm. Die Segel, diese lilanen. Die machen halt doch ein bisschen mehr Damage. Oh, guck mal, mein Fleisch schwebt. Ja, die Sichtweite hätten... ...das müssten sie echt mal erhöhen, das wenigsten. Keine Ahnung. Das Fünffache oder sowas. Ach, mehr. Ich meine, die andere Insel dahinten braucht ja nicht unbedingt... ...glasklar... ...wiedergespiegelt werden, aber... ...so eine komplette Insel schafft ja wohl jeder... ...PC... ...vernünftig darzustellen, ohne dass es ruckelt oder so. Aber... Naja. So. Muss ich mal in die Richtung. Alter. Ich sehe nichts. Original. Was ist hier irgendwo noch? Mal hier. Alter Schwede. Nee. Wieso ist das so dunkel? Äh. Mein Problem ist, ich habe... Ich... Ach, ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Das kommt mir nämlich gerade so vor. Nee. Eigentlich ist das Spiel sogar ziemlich leise eingestellt. Vielleicht müsste ich das Spiel mal lauter machen. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ist immer noch alles gekocht. Ist immer noch alles gekocht. Ich warte mal ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, ich versuche mal zu schlafen, aber... ...danach ist es wieder Nacht. Das wäre nicht so gut. Was? Jetzt. Jetzt kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Utsch, utsch, utsch. Alter, wie viel... Ah, die Vera-Pflanze. Wie ist das geil? Was ist das hier? Achso. Hier ist schon wieder diese... Aoyuka-Pflanze. Ich sehe den Boden noch nicht. Ja. Jetzt. Ich glaube, diese lilande Pflanze sieht man sowieso ganz toll, oder? Hoffe ich. Pflanze. 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 Na, die, die, äh... ...piekse Piecher da. Ich komme jetzt immer noch nicht drauf. Ah, nein. Nicht nehmen. Okay. So, was hast du denn drin, ey? Müll. Super. Kann ich gut brauchen. Ja. Was ist hier mit Boden? Oh, guck mal. Die lauter Laufanimation scheinen mit Händen bewegen zu sein. Das war's hier, glaube ich. Ja. Das war's. Zwei, drei, drei? Drei. Drei. Drei Bötchen. Auf das eine... Auf das habe ich gerne nochmal rüber. Wo ist das andere hier? Hä? War das nicht hier? Ah, das ist sowas, was nur nachts blubbert, glaube ich. Gibt's ja hier auch irgendwie was. Weil ich es noch nie so ganz verstanden habe, warum. Ob man nachts taucht oder tagsüber... Achso, ich habe ein bisschen rumgegoogelt nochmal. Ich... Ich weiß jetzt, wie man... ...einen Anker baut. Könnte nochmal zu unserem Vorteil später sein. Ihr seid doch auf jeden Fall schon smoked. Und dann schwimme ich da nochmal ganz fix rüber. Guck da nochmal rein. Ach, ich glaube da war auch nix mehr. Hier. Nee. Boah. Okay. Das war eine... Ziemlich... Ja, kleine Insel. Und ich denke mal wirklich, dass das da hinten unsere war. Wo wir grad waren. Ich... ...würde echt sagen ja. Oh, oh, oh. Nein, ich wusste nicht, dass das geht. Voll nicht so leicht. Dass es... Dass es geht... ...könnte ich... ...hätte ich mir sogar vielleicht vorstellen können. Oh, halb. Halb. Oh. So ein Leben kriege ich noch. Krieg mal einmal was. Oh. Ich muss gleich mal unbedingt nochmal... ...Dededhões, die Schlange muss ich nochmal versuchen zu bekommen... ...zu bekommen. Nochmal ein Stick So Mr. Spider Da Super Ich weiß ja schon, dass er nur zwei Schüsse braucht, also ist das alles gut Und ich weiß jetzt auch, was dieses Gross heißt, was er sagt Und zwar eklig Trotzdem achten nicht, dass hier noch eine ist Ich hoffe nicht Wir werden uns auf jeden Fall nochmal Dings holen Und zwar ein paar Bläderschen, weil es ist mega wichtig Oh Top Oh ja Lalalala Das wollte ich, keine Ahnung wo die ist Oh Put das los, ach geil Ist ein paar mehr Ne, das wollte ich nicht, das wollte ich auch nicht Das wollte ich Ich glaube jetzt haben wir neun Schon wieder, schon wieder 21 Okay, ach Was soll's Wenn wir noch eine Schlange haben, wisst ihr genau, was ich gleich mache? Flüchten Nein So Fertig und fix Das ist das speichert, der nicht so weit was man draußen hat Na gut Zufall ist mal die Snake Da Zufall ist mal die Gott sei Dank. Okay, wir warten es. Hier? Ja, ja, ja. Da, sehr gut. Du musst ja wieder fünf... Genau. Okay, er nimmt das andere Messer, stimmt. Gut, meiner Person geht es auf jeden Fall wieder sehr gut. Noch kein Easter Egg gefunden, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt gerade. Aber die Insel haben wir uns auch schon erkundet, das war ein bisschen wenig. Aber wir haben alles gebaut, wie immer. Das ist das Wichtigste. Und falls mich mal jemand fragen sollte. Das Allerwichtigste ist immer noch Wasser statt den Smoker. Also wenn ihr was machen wollt, dann wirklich am besten den Smoker auf jeden Fall... Was ist das? Also den auf jeden Fall vorziehen. Das wollte ich gar nicht. Bling. Gut. Ich versuche noch mal ein Schwein zu bekommen. Ich glaube, ich hier nochmal Lagerfeuer machen kann, dass sich das nochmal lohnt. So ein kleines. Ah! Guck mal. Oh, das ist disgusting. 1, 2, 3 und ausnehmen. Wer ist jetzt ins Wasser geflogen? Der ist lustig gewesen, aber ein bisschen doof. Also damals sind ja auch die Haie in der Insel geschwommen und sowas. Haben mich ja, glaube ich, nicht getroffen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Ah, du konntest sie killen. Und zwar ziemlich leicht, was wir immer noch nicht gemacht haben. Ich weiß, ich weiß. Haben wir auch immer noch nicht gemacht, tatsächlich. Sonst haben wir so viel, dass wir wirklich mal sinnvoll das Feuerchen anmachen können. Wackel, 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 wackel. Ist aber gut. Das war Blödsinn. Ach ja, ganz rum. Nee, hier ist Fritz. Der Leder. So. Perfekt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0. So. Geht das? Jetzt ist er ganz schön. Ich bin doch im Schiff. Geht ich nicht, nee. Ach, das ist ja schade. Können wir mal ein paar Sachen ausprobieren. Das ist ja eigentlich schon eine schöne Unterwasserwelt, ne? Ich muss ja jetzt nur aufpassen wegen Haier. Ja. Ja. Hier sind ganz zu viele. Oh, oh, oh. Ja. Ich kann nicht so mit den Leuchten hinpacken. Ihr vergammelt mich. Hi, hi, hi. Okay, gut. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge mal zurückfliegen. Zu, ja, ich hoffe der Insel. Und. Achso, oh, das ist noch gar nicht fertig. Okay, dann gelaufen wir noch mal durch über die Insel. Habe ich jetzt, ja, Fallenburg habe ich auch noch mal dabei, falls ich jetzt andere Schweinchen noch mal finde, aber muss nicht sein, weil das verdirbt nur. Ich überlege gerade, wer sich... Wir haben so viele Boote und immer noch kein Dings gefunden. Kein... Ich komme gleich drauf. Benzinkanister. Das nervt mich schon so ziemlich. Hier sind ganz schön viele. Da? Eins? Zwei? Hä? Da zwei, da bei dem Baum. Drei? Ich möchte jetzt nicht in die Sonne gehen, damit das hier sich mal komplett auffüllt. Ne, drei. Ja gut, jetzt ein Benzinkanister, drei Stück, äh, vier Stück, wären ein Benzinkanister. Komm jetzt. Hier war sonst, wäre hier noch einer gewesen. Ah, ist ja egal. Ist das? Der ist am Baum? Der ist am Baum. Ach, ist egal. Aber trotzdem ganz cool eigentlich. Die kleinen Teile sind auf jeden Fall jetzt smoked. Die sind gekocht. Gut. Das werde ich jetzt hinter der Aufnahme nochmal hier fertig machen lassen. Die zwei. Und dann den Papier, dann fühlst du schon, abonniert mich, gib dann oben, treibt den Kommentar, wenn ich euch, was dir gefallen hat. Tschüss.